und so weiter gibt wieder die große weihnachtsaktion mit dem code black week 25 in einem bord können die 25 prozent auf all meine kurse auf die neuen mentalheld kurse bekommen sehr fein und unser podcast dopamin heißt der ist online find ich überall bei also mit zwei a geschrieben spotify und so weiter und so fort ja heute haben wir das gute laune thema bindungsangst versus asoziales verhalten sag ich mal ja schauen wir mal rein lieber christian verfolge deinen channel schon einige jahren konnte viel lernen auch mit einem programm bist sehr authentisch abwechslungsreich gleichverständlich auch die personen die noch psychologisch umbeleckt sind vielen dank genau wird gern meinen beitrag zum thema bindungsangst analysiert wissen ich heiße christophula ende 30 leitende position vier geschieden und so weiter und so weiter bis auf kurzes techteln möchte mit einem kollegen würde ich mich seit meiner entscheidung als ausgefüllten glücklichen als geilen single beschreiben vor zwei jahren traf ich beim einkaufen im supermarkt einen alten professor in anführungsstrichen was auch immer das heißt ja wahrscheinlich ist es alte professor mit dem ich schon studienzeiten ganz gut ausgekommen bin ja zufällen ist ja immer so eine sache nach unserem sehr erheiternen smalltalk im supermarkt fragte mich an meine telefonnummer da ich mir erzählte ich würde bald wieder zu einer studie das universitäre umfeld aussuchen da dachte ich mir nichts dabei und die wochen nach dem zufälligen treffen vergingen ja mann entführungsposition auch immer kennst ihn schon lange rede kurzer sinn von sympathischen verbrachten zu nimmt mehr zeit miteinander er ist fast 20 jahre älter sagt mir sehr schnell dass er sich im trennungsjahr mit seiner frau befinden würde solche sachen müsst ihr auf den grund gehen was heißt das wohnt ihr noch zusammen seid ihr noch zusammen wenn es da irgend noch irgendwas gibt mit noch zusammen wohnen würde ich eigentlich sowieso die finger von lassen aber ansonsten ja kann ich mal bei dir vorbeikommen ich meine wirst du da ein zimmer haben und ihr getrennt seid darfst ja wieder daten weil ganz häufig ja leben wenn er halt ihrer oder frauen vielleicht auch ihrer fern so aus und man wird einfach nur fucking angelogen und das ist eine der größten hemmnisse im dating für so plus bonus leider diese ist einfach zu naiv ist und denkt die welt ist nicht ganz so schlimm wie sie ist aber sie ist so ich kann es nicht erinnern ist schon ziemlich schlimm da da ich aufgrund meiner scheidung aufgrund des wissens über seine arbeit gut verstehen konnte ja das ist leider schon wieder überverständnis also in der heutigen dating welt ich meine verstehe du hast den offline getroffen und so muss man diesen sachen auf den grund gehen und ja ich würde sowas auch nicht also wenn jemand noch womöglich noch da wohnt und so würde ich also sowieso würde ich sagen finger weg aber wenn man es nicht macht würde ich da keine energie reingeben wirklich ja wegen den sachen die jetzt wahrscheinlich kommen so und beruflich aufgrund der geforderten unterhaltszahlung an sie noch mehr arbeiten müsste als sowieso keine zeit keine zeit dich zu treffen ja also immer verliebt ist und wer drauf liegt findet man immer zeit kann sich ja nachts treffen meine güte will ich dir ein dass wir uns jede woche eins ein bis zwei mal treffen konnten ansonsten ja ich vermute mal nicht mit übernachtung und so ansonsten wir recht regen kontakt via telefon es zählt alles nicht zählt nur live in der zeit in der wir uns trafen wir eine schöne zeit zusammen hallenheimer war gut tiefgründige gespräche gemeinsamer sommer urlaub okay machte lust auf mehr ab und zu fragte ich ihn wie es denn mit der scheidung laufen würde gute frage was für eine scheidung und wir auch emotional zu allen gegebenen situationen im scheidungskrieg sich fühlen würde er versprach unsere beziehungen zu festigen sobald der freier im kopf sei wir wissen schon was kommt ich wollte ihn nicht drängen doch drängt die drängt die leute wirklich wenn sie so einen scheiß erzählen drängt sie ne so zeit verging betreiben uns regelmäßig aufgrund seiner finanziellen situation bewohnte er noch eine wohnung im mehrfamilienhaus das er zusammen mit seiner frau hatte ja ich hoffe dass du da gewesen bist auch wirklich ne ich meine also ihr müsst wirklich die leute auch also ihr dürft ich kann euch kein date empfehlen was euch nicht zu hause empfängt so also ist immer irgendwas faul aber gut okay so weit so gut nach einem jahr beziehung sprechen auf unsere paar situationen an wie seine meinung zum weiteren verlauf aussehen würde wir waren sehr verliebt auch immer ging es so wie er sagte da von großen zukunftsprojekten mit mir sprach ja future faking muss man ja dann macht doch die macht dann macht doch die zukunftsprojekte dann müsst ihr sagen ja okay mach mach jetzt willst du mich heiraten wann willst du mit mir zusammenziehen wann 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 also so kann man immer gucken ob was dahinter steht oder nicht ist auch sehr glaubwürdig rübergebracht ja gut das können manche auch ohne dass es irgend dass sie das wirklich wollen meine konkreten fragen zu unserer gemeinsamen zukunft wicher in diesem gespräch aus und auch in dem darauf folgenden meine skepsis wuchs und ich sagte ihm dass wenn er sich nicht zu mir öffentlich bekennen würde oh big fucking red flag ich hoffe du lernst raus mach sowas nicht normal wirklich lass das lass das ist halt alles ein grund das ist so es liegt nicht um unser altersunterschied und oh nee das hat einen grund ne hättest du schon längst machen sollen irgendwie nach drei wochen wirklich äh würde ich verbindung zu ihm trotz starker gefühle cutten da ich meine staaten zu einer beziehung zu einem mann habe ja aber sind leider noch viel zu weich muss ich echt sagen so nach einem jahr wurde er mal kühler jetzt gut jetzt kommt das wieder unsere treffen wurden abgesagt nachdem ich ihn richtig an die wand gestellt hatte sagt er mir dass das mit seiner scheidung nur auf emotionaler sicht so sei es nur in einer anderen realität ist die scheidung also nicht in unserer realität auf so einem parallel universum sind wir geschieden und oder wir sind auf so einer energetischen ebene geschieden jetzt real läuft noch alles wie immer und natürlich baller ich auch meine frau durch und und dich auch und ich mach was ich will und werde auch andere studentinnen oder ex studentinnen anflirten ja das ist alles nur in seiner parallelwelt passt das alles zusammen äh offiziell sei er noch mit seiner frau zusammen klar nur offiziell natürlich ne sie lebten aber quasi noch zusammen ja ich da frage ich mich wirklich hast du ihn wirklich musst die leute hast du ihn nicht besucht hast du es nicht angeguckt wo ist seine wohnung wie wohnst du das müsst ihr alles machen ihr dürft leuten wirklich sowas nicht glauben irgendwie ne nicht in unserer heutigen zeit ähm ähm lebten quasi noch zusammen ohne sex und tiefere gefühle geil natürlich nicht nein keine gefühle nein gar nichts nein 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 ganz bestimmt nicht äh er könne sich nicht dazu entschließen sich von ihr zu trennen ach wie ich dachte die entscheidung läuft schon netter typ richtig netter typ ähm ja sorry ich finde sowas einfach fucking asozial kann ich nicht sagen das kann ich nicht so sagen einfach es ist einfach asozial äh ja er würde mich lieben ja also menschen die man lieb behandelt war nicht so ne und sie nicht aber sie garantiert ihm ein leben aufgrund der fehlenden emotionen wo er machen kann was er will ja also die weiß garantiert nicht was passiert also das glaube ich nicht ähm außerdem ist auch scheißegal er hätte ich angelogen und fertig er denkt von sich dass er bildungsunfähig zu sein ja dann soll er keine soll er nicht so tun als wenn er in die Bindung mit dir eingeht ja ne dann soll er es gleich sagen ich bin bildungsunfähig ich belüge andere menschen und ich bin einfach fucking unehrlich nur dass du es weißt ja dann kann das kann er gerne machen würde er sich ganz auf würde also schon sagt mit würde würde der mond wäre die erde flach ist ja auch wieder interessant wo diese neue mondrakete gestartet ist habe ich mal auf tiktok gesehen natürlich wieder alle flat earther der welt wieder nein das ist alles nur cgi und ja gut also wäre die erde tatsächlich rund und nicht flach wie sie ist ähm wie geht der satz weiter würde 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 er sich ganz auf mich anlassen hätte er angst ich könnte ihn verlassen da hätte er alles verloren und würde einen ach das ist wirklich das ist echt gaslighting ja ich beende die situation mit ihm weil ich mich morgens nur noch nicht mal selber in den spiegel anschauen wollte aufgrund seiner unehrlichkeit und darstellung fühle ich ihn ein großes loch ja es ist auch wirklich einfach schlimm 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 ist echt ekelhaft das macht er mich regelmäßig liebeswürchtig und du musst dir die reißleine ziehen ich durchlebe eine selftige phase liebeskommers also mach modul 1 wirklich deine standards sind zu locker das sag ich jetzt überhaupt nicht dass es deine schuld ist oder so überhaupt nicht aber man kann einfach nicht so durch diese Welt gehen das das tut ja muss einfach ein bisschen misstrauischer sein ähm ja augenregelstotternde Kleidung die schlafen können ja das sind ja Liebesuchtssymptome inzwischen geht es mir noch eine ambulante Therapie wieder sehr gut ich plane neue berufliche Projekte und habe seit 4 Monaten einen netten Lieben an meiner Seite und dem sich die Beziehung sehr respektvoll auf Augenhöhe gestaltet Glückwunsch nun zwar eine abschließende Frage mich würde es aufgrund seiner Erfahrungswerte interessieren ob der Begriff Bindungsangst nicht auch missbräuchlich von Menschen verwendet wird um ihr unmoralisches Verhalten für sich und andere zu legitimieren ja ja was hat das mit Bindungsangst zu tun das ist also ich stelle mir unter Bindungsangst was anderes vor dass man wirklich ringt um eine Beziehung und da die üblichen Probleme hat die damit einherkommen aber nicht dass man einfach fucking illoyal ist und die Menschen in seiner Umgebung betrügt das ist jetzt für mich nicht was ich per se mit dem Begriff Bindungsangst verbinde so das muss man auch echt trennen dieses bisschen asoziale mit das ist die eine Sache die andere Seite ist Bindungsangst Verlust Angst kann man kann natürlich auch er auch haben ist überhaupt keine Frage aber ja er ist einfach lassen wir es ich lebe zwar in einer emotionalen aber dafür materiellen wirtschaftlichen sicheren Beziehung weil dieses garantiert mir zu machen mir zu holen was oder wen ich will nee aber so ist die Welt in großen Teilen nicht nur natürlich aber so ist es ich habe sie nicht gemacht und ich kann nur auch aus eigener Erfahrung sagen man sollte nicht so naiv da durchgehen das ist und natürlich immer das sage ich auch mal gerne zu einer gewissen Ebene ist jede Beziehung die richtige damit will ich dich jetzt nicht anträgern oder so aber ja also auch das soll dir irgendwas zeigen so denke ich mal in diesem Sinne gräme dich nicht kümmer dich lieber um deine neue Beziehung und wir sehen uns bald wieder wir sehen uns bald wieder